hallo ich möchte euch eine unfassbare geschichte erzählen vor ungefähr einer woche habe ich auf meinem handy einen einen foto ordner gefunden ich habe ihn nicht angelegt und in diesem ordner fand ich dieses bild das bin ich gestern war ich spazieren und da fiel mir auf dass ich an genau der stelle vorbeigekommen bin von der das foto stand und dann habe ich mir gedacht ich stelle mich jetzt da einfach hin und mache ein selfie ich drückte ab und das unheimlich war es war genau das gleiche bild wie ich schon eine woche lang auf meinem handy hatte kurz nachdem ich das zweite bild in den ordner rein geladen hatte um es zu vergleichen um festzustellen dass es genau das gleiche ist erschien ein weiteres bild das sind dieselben sachen ich glaube ich weiß sogar wo das ist das müsste unten bei mir im keller sein ich gehe da jetzt hin ich muss jetzt sein in dem keller in der in der in der Ok, da ist es denn. Ok, jetzt wo ich das zweite Bild in den Ordner gemacht habe und die verglichen habe, sie sind identisch. Es ist ein drittes Bild erschienen. Es zeigt mich vor einem verunfallten Fahrzeug. Und innen drin bist du. Das war gruselig, oder? Jetzt mal eine Frage. Würdest du dieses Spiel weiterspielen? Mit der Angst, dass bei jedem nächsten Mal ein Bild erscheinen könnte, das du nicht sehen möchtest? Überleg es dir gut. Ich würde mal ein Bild schwarzen lassen, das du nicht sehen möchtest. Ohne